Was bisher geschah Keine Bewegung Ist der krank? Den hier hab ich nicht Ja wohl Was tun wir denn da, schöne Halt! Was ist hier los? Du bist verhaftet Okay Ich hab den anderen im Visier Keine Bewegung Okay, ganz ruhig Okay, okay Nick zum Wagen, los Los, rein Und das mal so einfach ist Los, mach hin, Mendoza Durchsuchungsbefehl habt ihr, oder? Ganz ruhig jetzt Scheinst du dich wohl mit deinen Grundrechten auszukennen? Wir sind nicht hier, um dich zu verhaften Raus hier, los! Ich hol meine Sachen Hey, erzählst du uns bitte mal was los ist? Ich mach den ganzen Tag nur eins Tabellen ausfüllen Auf der Straße war ich schon ewig nicht mehr Mittlerweile bekämpft jeder jeden Und ich suche mir scheinbar immer die falsche Seite aus Mehr weiß ich nicht Können wir das woanders beschreiben? Oh Scheiße Oh Mann Pass auf Ich drück die Wunde ab, okay? Okay Ich weiß Ich weiß Halt einfach durch Wir sind nicht wegen dir hier Ich bleibe bei dir Leck mich Schnappt euch Tyson Und macht den Kopf Kaje? 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 ISE NIE fallen Kaje? 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 여기에 P Потом Ich soft Halt einfach weg Kaje? Hoch Kaje? Kaje? Halt sie euch! Konzentration, okay? Oh scheiße! Kai! 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 Scheiße! Kai, halt uns! Hey, ist sie okay? Schon okay? Gleich von den Seiten an! Wow! Wie schlimm ist es? Oh Mann! Pass auf! Ich drück die Wunde ab, okay? Ja, wir sehen wir doch. Okay! Au! Dann! Ich weiß! Halt einfach durch! Sie sind nicht wegen dir hier! Weg! Ich bleibe bei dir! Leck mich! Schnappt euch Tyson! Und mach! Hau! Kai! Schau! Kai! 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 Sieh mich an! Kai! Lass bei mir! Oh scheiße! Kai! 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 Scheiße! Kai, halt uns! Da weg! Oh scheiße! Waffe auf den Boden! Drunter auf den Boden! Hey, wir sind Kaps, wir sind Kaps! Sie ist verbunden! Ich glaube, es ist die Arterie. Du hättest leicht verbluten können. Hände hoch! Das ist ja meine Begrüßung. Detective, wer ist das? Oh, du meinst den? Kennt sich mit Hapellen aus.